Rose Fröhlich, echter Patientenfall, abnehmen, aber ich kann morgens nichts essen. Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, Diätassistente mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Heute mit einem echten Patientenfall und zwar kam eine Dame, die gerne abnehmen wollte, das klappte aber aktuell nicht. Und dann beim Durchgehen dessen, was sie so isst pro Tag, haben wir festgestellt, dass sie morgens nichts essen kann. Häufig ist es so, wenn ich über die Nacht und am nächsten Morgen sehr lange nüchtern bin und trotzdem nicht weiter an Gewicht abnehme, dann ist es manchmal sinnvoll zu gucken, was kann ich dort einbauen. Also was geht zu essen zum Beispiel. Es gibt aber ganz viele Leute, die es nicht hinbekommen oder einfach geschmacklich nicht mögen, denen schlecht wird, die sagen, ich kann hier morgens nichts essen. Also das funktioniert nicht sozusagen und an der Stelle kann man aber immer überlegen und das funktioniert fast immer, ob man nicht in die Trinkflüssigkeit geht und die Trinkflüssigkeit zum Beispiel mit Eiweißquelle macht. Also wir haben dann besprochen und geguckt, die Patientin mochte gerne Eiweißprodukte essen, das heißt Quark, Joghurt kann man zum Beispiel mit dem Obst pürieren, dann habe ich einen selbstgemachten Eiweißshake. Natürlich gehen Pulvershakes, wer es machen möchte morgens auch, weil dann liefere ich dem den Körper Energie. Also ich kriege Eiweiß, wenn ich genügend Eiweiß habe, kann ich den Stoffwechsel, also den Abbau von Körperfett wieder ankurbeln. Das funktioniert häufig sehr gut, weil eine lange Nüchternphase, vor allen Dingen auch wenn ich noch aus der Nacht komme, tagsüber mich auch noch viel bewege und dann nicht so viel esse, dann kann es sein, dass diese lange Nüchternphase die Leber anregt, da wird Ersatzzucker produziert und häufig bleibt deshalb das Gewicht stabil. Zudem forcieren lange Nüchternphasen immer dazu, dass ich später Heißhunger habe und dann alles nachessen will. Wenn das mit den Shakes nicht geht, es gibt vegane Shakes, die ich nutzen kann, zum Beispiel selber gemacht aus Hülsenfrüchten püriert, die ich dann ein bisschen mit Brühe dünnflüssiger mache, das ist eher so eine Art pikante Variante. Wenn jemand Frischkäse mag, kann ich Schuss-O-Saft reinmachen. Das ist zum Beispiel ein schneller, selbstgemachter Eiweißshake. Das geht natürlich auch mit Quark oder Joghurt. Joghurt brauche ich einfach nur, Naturjoghurt in die Flasche. Schuss-O-Saft, Apfelsaft, Multisaft, je nachdem was ihr mögt, Kirschsaft, da rein. Und dann habt ihr sozusagen einen schnellen Eiweißshake. Guckt immer, dass die Eiweißquelle mehr ist, als sozusagen der Saft. Das heißt, da ja viel Zucker drin ist, ein bisschen Zucker brauchen wir ja. Wenn wir gar nichts essen, ist es immer besser, ein bisschen Zucker zu liefern. Und an der Stelle würde man immer die Eiweißquelle höher haben. Wer in pikante Richtung gehen mag, kann auch im To-Go-Böcher eine Suppe zum Beispiel mitnehmen. Also Gemüsesuppe, Schuss Frischkäse rein, als Art Cremesuppe. Dann habe ich sozusagen auch eine Geschmacksrichtung. Jeder ist ja morgens unterschiedlich unterwegs und kann hier überlegen, was geht. Wenn ich länger mit dem Auto unterwegs bin oder auch noch ein Stück fahre, dann gibt es auch die Möglichkeit, wer doch vielleicht sagt, okay, später kann ich essen, dann kann man auch ein paar Brezel, ein paar Salzstangen einbauen. Es geht ja nicht darum, sich davon satt zu essen, sondern überhaupt erstmal ein ganz bisschen Energie dem Gehirn als auch der Muskelzelle zur Verfügung zu stellen, damit die Energie dann über die Bewegung auch verbraucht wird. Und damit der Körper nicht in den Notfallmodus kommt. Müsliriegel können eine Variante sein, aber wenn es um die Flüssigkeit geht und Kauen nicht geht, dann ist natürlich auch die Mandeldrinks, die Haferdrinks zum Beispiel kombiniert mit Haferflocken eine Möglichkeit. Man muss es nur dünnflüssiger machen. Da muss man so ein bisschen gucken, was mag ich. Bisschen Obst rein. Wenn man es püriert, können wir es natürlich aus den Trinkflaschen immer etwas besser trinken. Also probiert es einfach mal ein bisschen aus, was da euch geschmacklich eventuell passt. Und denkt immer dran, wenn ihr frei habt, Urlaub habt, wenn es euch vielleicht auch gut geht an Tagen, wo nicht so viel los ist, dann, ja, die meisten können dann häufig essen, weil sie dann auch einen Zeitintervall haben. Also, wieder Essen einbauen, nicht vergessen, der Körper kann besser Körperfett abbauen. Ganz liebe Grüße, denkt dran, plus weg, abonniert mich, je nachdem auf welchen Kanal ihr mich seht. Ganz liebe Grüße zu euch und habt einen schönen Tag, eure Sandra.